ja dunkel 0 uhr geisterjäger wir sind hier in berlin wir sind hier auf der buberstraße und wir fahren richtung nach unserer geisterfahrt auf die nachtlinie mit den mit den hamburger bus mit pvg lak und fahren heute die n 84 nach zehendorf eiche ja zehendorf eiche fahren heute auf die gruselfahrt fahren heute und die startet recht lektrik das ist einfach soll nicht an sehr wichtig dass man die nicht an macht zack so ach wisst doch so viel grad noch mal richtig warm werden dann machen wir warm ich will die leute die kessel warm werden kessel warm werden so heißt das ding stellen auf das ding ja ich hätte sie geil bin faul erstmal mit heizung in faul so fenster auf alles offen alles offen gerissen so wir starten mal das atron motor machen motor nageln das nageln ist das nageln wird das ganze nageln so ja mal vor und und los geht's so licht an machen fährlich hätte besser ist besser so da ist unsere reitestelle da ist sie sieht das ganze dass wir sind 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 wir sehr zuschauer motor aus so motor aus wichtig motor ausschalten so habe abgesenkt hier sieht das ganze ist schon abgesenkt so und mal licht an ist wichtig dass man licht an macht sonst meckern die zu mecker die und ja also fangen wir einfach mal an wir fahren erst mal die kurslinie das ist hier 84 01 so los geht's so scheiße auch gesagt das ist auch so eine fall auch so eine falle weil der hat immer so ein blöden problem hier so jetzt muss sein passen weil geht es jetzt eigentlich funktioniert das ja 01 so jetzt aber zählendorf eiche ne zählendorf zählendorf eiche perfekt einfach mal der elch schildern einfach mal meine elch schildern das ist auch mal sehr wichtig so funktioniert das schild er will nicht schildern das ist doch kacke also 84 0 so dann muss ich gucken dass jetzt endlich dankeschön ist rein hallo so funktioniert einmal tageskarte so jetzt 84 nach zählendorf eiche ja bisschen problem matrix weil das in der berliner matrix drin die dort gleich los glaube aber hier festgestellt gleich losgeht 31 ne dann sprung mal ein bisschen vor eigentlich doch nicht so lange dauern die fahrt wenn ihr ein paar motor anmachen kann man machen zeige ich motor könnte ja so muss ich gucken leise machen weil ihr hört ja alles so leise machen dann muss ich jetzt hier gehen meinen auto mixer also um mich auch leise stellen glaube wir müssen mich selber leise stellen so machen wir stellen auf 100 das reicht ja vollkommen aus von 100 so perfekt jetzt also eingestellt bei optimierung aber sagt optimiert so so machen wir mal die tür zu gleich ab warte ab wann ja ja 31 ok dann los geht's ne fahr mal hin und zurück ne fahr mal einfach hin und zurück ne fahr mal einfach hin und zurück ne in dem fall da aktiviert habe ich ja das passiert auch mal im omsi dass ein bisschen rucklack kam wow machen wir einfach mal mit berliner ne so neil na also ich nie das auch die bus ab weil es berliner aber also mal gucken c2 fahren wir mal danach den c2 gelenkbus fahren wir danach der drei türe wieder wenn wir mal gucken am am re wechsel nicht seite stelle Hä? Türsteuerung? Was steht denn da? Türsteuerung. Geiler Sound. Am Birkenknick. Ne, seid am Birkenknick. Mal ein bisschen dealen. Das dauert zu lange, glaube ich. Dann machen wir das dealen ein bisschen. Nicht ohne Neelen, ja. Weil es dauert auch zu lange mit Neelen. Und wenn ich wieder hochkomme. Hallo. Ja. Hmmm. Keep kickdown. Also ich nehme meine besten Qualität auf. Also mal gucken, wie die aussieht. Die Tür aufmachen. Ist auch ein geiles Leise. Hallo. Guten Tag. Nächste alte Stelle. Nächste alte Stelle ist Landerstraße. Ist ein bisschen zu laut. Mach mal die leise mal. Ich mach die mal leise. So, reicht dafür. Guck mal aus. Besser. Mit Morphe fahren wir hier. Mit Morphe Sound. Standard wollte ich nicht anvertrauen. Standard hört sich wie ein Mash Machine Sound an. Ich fahr mit Morphe hier. Mit Licht natürlich auch. Beleuchtung. Wir fahren im Dunkeln. Und ja. Nächste alte Stelle. Schwarzer Wolfpark. Schwarzer Wolfpark. Berlin fahren wir hier. X10 da. Hallo. Hallo. Ja. Ähm. Was wird allgemein. Allgemein kommen. Ja. Dings hier die. Was was ich sage. Ich einfach die. Kanzlerin. Merkere geht weg. Die wird abgelöst. Eine neue Kanzler zu suchen. Einer. In Deutschland alle kümmern können. Nächste alte Stelle ist. Schwarzer Park. Ist ein Park. Können wir gleich mal angucken. Wie sieht der Part eigentlich aus. Können wir machen. Können wir gucken. Können wir jetzt gucken wo der Park ist. Ist doch ein Park. Sieht auch ganz gut aus. Na aber. Ja. Wir werden natürlich. Der Fahrplan ist auch gut genug. Für die Lenk. Geisterfahrt hier gemacht. Da fahren wir noch auf Sillendorf. Zu S-Bahn Sillendorf. Nächste alte Stelle ist. S-Bahn Sillendorf. Nächste alte. Nächste alte Stelle ist. S-Bahn Sillendorf. Alle Anschlusszüge. Gumm. 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 Gutes Gefährt. Damals gehabt. Aber. Jetzt. Wird alles klappt. Ich habe so ein Video gemacht. Wie die den. Bus. Insilieren zu können. Da habe ich so ein Aussehen. Das Video gemacht. Aber. Das ist doch immer noch nicht aktuell mehr. Das ist noch aktuell. Aber. Ja. Für dieses Video nur 6 Dislikes. Die. Einer hat. Das Internet wird immer strenger. Ich hasse das. Aber. Ja. Natürlich. Ihr wisst ihr. Ich höre nicht. Berlin nicht so laut eingestellt. Ich habe das so eingestellt. 100%. Dass ich mich besser hören kann. Das Spiel auch besser mehr kommentieren können. Aber. Ich fahre heute ganz vorsichtig. Ich mag das. Dass ich sehr sachte bin heute. Ist eine geisterbahn. Sag ich. Eine geisterbahn. Sag ich dir einfach. Geisterfahrt. Natürlich. Heute haben wir auch 0 Uhr. Können wir kurz auf die Zeit gucken. Wir brauchen 0 Uhr bei mir. hier. Also. Natürlich sind Elektro-Trüren dabei. Für die Berliner. Sind natürlich die ganzen Tasten nicht verfügbar. Das sind nur auf die normalen Version. Das ist hier die Berliner Version. Haben die Berliner so gemacht. Ist auch so eine Art. Gemacht worden. Von Solaris auch dabei. Dieser Türknopf. Ist eine Besonderheit. Das Berliner ist. Da mit Türfreigabe. Also. Zeig gleich mal. So. Jetzt zeig dir einfach mal. Also. Die beiden kannst du nicht betätigen. Das ist die Türfreigabe. Hier. Das ist einfach. Einfach. So. Mit. Mit. Türfreigabe. Und. Ja. Müssen wir danach. Ähm. Bei Zählendorf Eiche erreichen. Nächste Halt. Stelle gleich. Vorletzter Halt. Danach. Fahr mal. Glaube mal. Ich glaube. Gelenkbus. Z2 fahren wir. Kann man machen. Ja. Fair nicht. Man sieht man kaum. Aber. Aber. Man sieht sich. Ja. Man sieht das. Hier. So. Dass man. Dass man. Hier sind. Man. Mehr fernlich. Ist. Egal. So. Bin ich hier da. In Endstation. Ne. Oder. Ist die Endstation. Ist eigentlich. Jetzt hier schon. Die. Oder muss ich nochmal. Außen rumfahren. Ich weiß es nicht. Ist ja schon. Endstation. Da war ich doch. Damals gewesen. Doch. Oder. Weiß ich es nicht. Ich glaube. Das ist die. Endstation. Ich glaube. Die fährt auch. Hier auch. Wichtig. So. Ja. Das ist die. Endstation. Wo sie noch einmal. Runde fahren. Noch bis zum. Terminus. Das glaube. Da ist heiß. Zum. Terminus. Heißt ja auch. Auch. Endbahnhof. Genannt. Und. Das irgendwie. Farbenauswertung. Bekommen. Achso. Da ist noch ein. Noch ein. Ja. Muss ich gucken. Ja. Ist eine. Qualität. Die. Ich. Eingestellt. Habe. Bei. UBS. Jetzt habe ich ein paar settings. Umgestellt. Mal schauen. Wie das so wird. Da habe ich einfach. Erweitert genommen. Weil. Erweitert. Sieht er noch ein bisschen. Noch besser aus. Mal gucken. Wie das auch. Video aussieht. Wie das nicht gemacht habe. Da. Da ist es. Ich glaube. Das sind wir richtig. Ja. Sind richtig. Ja klar. Nein. Bleib aus. Doch. Bleib doch mal aus. So. So. Wir werden jetzt den Zug. Um. Den Bus austauschen. Wir werden jetzt mal alles dicht machen. Das heißt. Ich muss hier. Das heißt. Diesen hier machen. Diesen machen. Pum. 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 Na komm. Geh zu. Danke. Diese Dinger zu machen. Sonst. Komm. Eiche ein. Und das. So. Und jetzt einmal. Schildern. Betriebswart. Äh. Kurs. Ja. Kurs. Umlauf. Den habe ich ja keinen. Äh. Ja. Kurs. Ist gleich. Kurs. Enter. 13. Bestätigen. Das heißt. Jetzt sagt er hier. Betriebswart. Jupp. Betriebswart. Sagt er auch. Jetzt gleich. Enter. Betriebswart. Egal. Moment. Ich muss mal kurz die. Die Linie. Oder die Betriebswart. Rein basteln. Sehr wichtig. Egal. Ist Betriebswart. Egal. Ist mir auch egal. So. Egal. So. Jetzt machen wir die. Machen wir die. Tür auf. So. Elektrik aus. Und jetzt machen wir mal die. Klappe auf. So. Wir klicken auf X. So. Das. Fahren wir jetzt danach. Zurück. Habe ich schon besprochen. Ein. Ja. Fahren wir jetzt einfach mit dem. Zurück. Mit. Ein. Äh. Jetzt könnt ihr. Entscheiden. Gelenkbus. Soll ich Gelenkbus nehmen. Ach. Mal egal. Fahren wir einfach mal. Gelenkbus. Machen wir mal. Gelenkbus. So. Aussehen. Mal schauen. Was es gibt. So. Aussehen. Gibt es auch. PVG. Aussehen. Aussehen. Wie die Gosse. Ne. Okay. Da gibt es nur drei Sachen. Okay. Testbus. PVG. Da ist es doch. Testfahrzeug. PVG. Weiß. Okay. Dann nehme ich das auch. Jetzt auch. Schnurzvoll. So. Jetzt fahren wir jetzt einfach. Jetzt fahren wir. Den. C2. Mit. Voidgetriebe. Mit. Die Linie. Zurück. Ja. Mit Z11 Getriebe. So. Mit. PVG. Tesla Paint. Wind. Ne. Das ist einfach. Standard. Zugeliefertheit. Gucken wir mal nach. Nach. Ach. Dauert gar nicht so lange. Okay. Dauert nicht so lange. Das ist auch ganz nett. Das ist auch nicht. Weil so lange dauert man. Meine ganze Busform. Bei mir. Bei mir hatte ich das. Bei mir auch gehabt. Wo ich ja. Bus. Spawnt hatte. Das dauert. 5 minuten. So. Machen wir offen hier. So. Jetzt brauche ich aktuell. Fahrplan. Weil Fahrplan. Kein Plan habe ich. Aber ein Fahrplan weiß ich. So. Wir fahren dann zurück. Von Z11. Genau. Das fahren wir auch zurück. Den habe ich auch. Befohlen. Tür zu. Und jetzt schalten wir die Kiste an. Tür zu. Danke. Dankeschön. Motor. Komm mal. Licht. Kann man mal gucken. Wie viel Zeit haben wir aktuell. Ach. Die Böbung. Ich mag doch mit Vollböbung. Aber egal. Eingeben. Pin. Einmelden. So. Und jetzt. Blick aus. Die Linie. X. 2. Hm. Ein paar Minuten haben wir noch. Das werde ich dann später retieren. Das mache ich noch nicht. Machen wir mal ein Licht an. Ne. Wisst ihr. Licht an. Sonst neffen die. Und dann sagen sie sich. Mach mal ein Licht an ey. Das mache ich mal auch. Das mache ich irgendwann auch mal. Zum Meckern. Dann meckert er auch. So. Aber jetzt. Machen wir mal hier. Fenster aufmachen. Machen wir mal Fenster. Erst da steht. Aber steht in Schrift da. Klimalage. Erst wenn Klimalage gestört worden ist. Danke. Ne. Aufmachen. Alles aufmachen. So. Das auch. Ist geöffnet. Kein Klima. Dachlucken hat das da nicht. Aber egal. So. Äh. Dieses mein Dashboard hochstellen. Jeder kennt das von mir. Sowas dir. Wir haben noch genug Zeit. Wir können mal. Mal Lenkung testen. Können wir mal Warnblinker testen. Ok. Blinker. Lenkung. Dann noch dings hier lenken. Lichter funktionieren. Ja. Wundserber. Licht testen. Ich muss alles testen. Ja. Tür testen. danke schön so wieder ganz einfach so tür sind getestet so jetzt möchte ich mit euch nicht auf der bude nicht hocken und zwar will ich sofort fahren ich will nicht so lange mit euch hier rumgaukeln hier das heißt wir fahren gleich los jetzt nicht anmachen und mit mit glaube zf oder wollte 3 sie stand da wollte ich habe festgestellt da muss ich lang ja dass das leise stellen das muss ja euer zieht sie kauft ffg da rein machen über die leise stellen muss jetzt mache ich mal die links jahren sind auf eiche schitten da ja die anzeige hat auch eine einlad aber egal da fahren wir auch so ja das triebende streben streben wollte ich kein stream machen weil es triebend ist total langeweile nur normales video ja komm rein wir fahren ab nicht ob wir hier ansagen drinnen glaube sonst bin ich langweilig also bei mir wird langweilig nicht euch hallo ansage muss ich gleich mal gucken fresser danke so ich muss kurz gucken mal die ansagen gucken die ansagen ja ansage ja mach an so ansage ist doch an dann probiere ich das mal so das ansage muss doch automale schaltung ja okay dann macht doch mal meine fresse warte so so wichtig so mal gucken weil ich bin immer interessiert ob jetzt will oder nicht es liegt einfach hamburger busse weil die busse kommen aus hamburg und natürlich können kann ansagen nicht abgespielt werden so ein mist na egal muss selber machen der nächste haltestelle s-bahn zillendorf ne moselstraße irgendwas man dieses nerven das nervt die tippe man diese diese pips sound der nervt ist ähnlich wie meinen sachen eigentlich aber egal so manche bus fahre ich ja selten weil ich mit meinen ganz anderen bussen unterwegs bin aber egal für video habe ich glaubte zeit auch nie gemacht aber so weiterfahren können eigentlich mal weiterfahren weil ich schlafe gleich ein wenn ich finde wenn ich meine tun mein echtes video an sehe und dann sagen sie sich meine güte was wird er dann lamm marschig ich kann nicht aus der öllenkisse nicht rausholen ich kann dann nur kickdown geben mut mut halten dank das passiert auch öfter dieses im um sie dieses im politik ist einfach normal weil okay da habe ich okay da vorbeifahren okay so im kickdown die kummi c2 warum uns bei uns auch c2 ist bei uns auch mal wieder raus ok dann es sich auch mal winken können mensches kind man für nachtbus muss ich diesen mal bei nachtbus gemeint diese tügel für duscher das ist der ja jetzt aber jetzt geht es wieder das meinte ich schon bei nachbus aber bei nachtbus müsste das ganze so beachten dass er so macht aber das nervt auch weg danke das ist der nachtbus einfach so ist einfach türflügel für nachtbusse und weiter fahren die hupe funktioniert auch wenn die hupe geht dann geht alles so gucke ich mal video natürlich display mal schauen verschiedener akku energieeinstellung um meine meinung ich kann ich auch nicht eines einstellen wie ich das einstellen kann das ist einfach doof wenn man seinen bink einstellen will aber das muss ich mal gucken muss ich mal recherchieren kick ich da und drücken ach du willst auch raus ach gott das hat und abfahrt und da ganz weiter fahren mal gucken müssen mikrofon so halten dass mich besser versteht sonst hört mich ganz leise und das mag keiner auch ferne ich so hartes ferne ich hab geil gefällt mir fahren mit auch natürlich grafik mod die grafik mod ist sehr geil also eine bedeutung mit grafik und durchsachen halt ne das ist das schönste allerzeiten betrachtet die zeit am wird nick abwürgen knick wird die glücker einsteigen okay das auch überwollte auch wenn man zum beispiel nacht am re am re wechsel heißt das auch so da ist ja unser bus unser weißer heute heute weiß ein moment das ist muss eine pause zum beispiel ich habe eine sache mal verändert und zwar eine sache die heißt diese diesen fahrt den habe ich so geändert weil weil ich festgestellt habe wenn man zum beispiel ja festgestellt habe weil der kinderwagen schalter aktiviert ist und das mag ich nicht wenn ich fotos mache dann mit dem bus dann geht das einfach an das mag ich nicht war scheiss belegt 18 auto gelterthat no nähen echtneben aber martin ja ja dabei keine einsteigen dann sofort durch waren wo sich da lang bestimmt muss ich da land mit den spaß zu verderben einer der den gab es gibt es nicht zu helfen das macht geil das ist geil er brummt mein handy brummt ja handy brummt kann gleich mal gucken beispielsweise seiner handy wupperstraße könnte man aussteigen danke so aha ok ok jetzt haben wir wieder ab so ach scheiße jetzt die sache vergessen okay egal steig aus und weiterfahren und jetzt war zum endbahnhof sondern entscheidestelle unsere wupperstraße die fahrt endet dort bitte mal das video abonnieren dass dieses kanal abonnieren zu können und das video zu liken bitte und ich würde sagen die fahrt endet dort die b die folge beendet hier dieses video auch das video hat mir richtig die geisterfahrt habe erreicht bestanden so einfach so eine art wie ich bin da angekommen das heißt ich bin angekommen in meinen meinen ja ein ziel objekt und würde sagen könnte einfach hier warten mal den fahrplan kommen abschmeißen dann geht auf zielinie sie gut dann könnt ihr eingeben privat privat sphäre agat muss ein paar nullen anhängende sehr wichtig musst du machen so oder gehst du hier dienst ende pass auf hier ist auch ende bei mir auch zack fertig so ich hoffe mal es hat euch sehr gerne gefallen bei mir hat es auch gefallen ich würde sagen verabschiede mich kommt in nächstes mal wieder rein da werden wir glaube in ts glaube fahren keine ahnung mal schauen was ich mir so sagen wir sagen verabschiede mich verabschiede mich und man sieht sich tschüss 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 und tschüss tschüss